Es ist gerade für mich wirklich ein ernstes Thema. Und ich schätze, wir müssen alle darüber sprechen. Also, es geht über Mobbing. Ich wollte um Mobbing sprechen, weil ich ein bisschen selbst daran beteiligt bin. Ich habe vor, mich ein bisschen zu ändern. Dass ich netter wäre und dann ein bisschen mehr hilfsbereit bin. Und dass ich nicht mehr wegen einer Person in meiner Klasse ihr Aussehen auslache oder irgendwie sowas. Ich habe mich so sehr darüber lustig gemacht, dass ich gar nicht gedacht habe, wie sie sich dabei fühlt. Okay, wenn man dieser Person sagt, dass sie es sein lassen soll, dann lässt sie es nicht. Aber sie macht es ja selber nicht. Also sie sagt dann, lass mal bitte aufhören. Und dann meckert sie ja selber rum. Also viel besser ist sie auch nicht. Aber es sollte dieser gewissen Person eine Chance geben, dass sie es besser machen könnte. Und insgesamt will ich mich ändern und meine Freundin macht da jetzt auch mit. Also ich will jetzt auch gar nicht groß darüber erzählen, was ich alles so angestellt habe. Und mich sonst fühlt sich diese Person dann vielleicht ein bisschen bedrängt oder irgendwie sowas. Und meine Freundin wird sowieso auch oft immer beleidigt als Chinesin. Ich will auch gar nicht groß darüber erzählen, weil es wirklich dann nicht fair ist, wenn man einfach darüber spricht. Und so dennoch das noch auf YouTube hochlädt, das gehört sich einfach nicht. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum ich über dieses Thema sprechen wollte. Weil ich früher einfach nur Videos gemacht habe. Und da gab es so eine gewisse Person, die immer unter meinen Videos gemeinsame Sachen geschrieben hat. Und das nennt man Cybermobbing. Und darüber wollte ich auch noch ein bisschen reden. Diese Person machte auch Videos. Dann habe ich einfach gesagt, gucke ich dann mal bei diesem Kanal vorbei. Und dann habe ich nachgeschaut. Bei diesem Kanal dann noch Kommentare geschrieben. Aber ich wollte immer höflich bleiben. Und ja, hat die Person einfach auf meinen Kanal sowas da gemacht. Das fand ich irgendwie blöd. Und dann habe ich angefangen, die Person zu ignorieren. Und einfach meine Videos weiterzumachen. Und die Kommentare zu löschen. Ich hoffe nur, ihr macht es richtig. Und ich werde mich jetzt im Moment auch ein bisschen mehr daran ändern. Also es ist für mich ein bisschen schwer. Und ich hoffe, ihr macht es richtig. Und seid auch mit dem Wort hassen. Vorsichtig.